Noch viel mehr Geld. Okay, jetzt fließt hier wieder Wasser. Das heißt, ich kann Blumen gießen. Hier fehlt was, wie es scheint. Oh, ein Geldgeist. Dann werden wir mal stinkend reich. So, dann brauchen wir hiervon noch ein weiteres. Das ist ja gar kein Geldgeist. Genau. Wie soll man denn so stinkreich werden? So, die Blume beleuchten. Oh, ein blauer Geist. Zwei blaue Geister. Drei, vier, fünf, 17.000. Ach, natürlich. Anruf von Professor Gid. Heiliges Langfingerpack. Nicht schon wieder. Dieses Ventrantor öffnet sich nur, wenn alle Flügel eingesetzt sind. Hast du dir gemerkt, wo in diese dünnen Spargelgeister geflogen sind? Nein, nicht schlimm. Ich mache sie schnell mit dem Paraskop ausfällig. Einen Augenblick. Geduld? Bitte sehr. Schau auf deine Karte. Oh, ein Knochen. Wofür auch immer die gut sind. Das ist doch was verschwunden. Kohle! Okay, dann machen wir hier das Apparate. Sinn mal an. Tür ist offen. Kohle! Fledermäuschen. Kohle! Und eine Tür. Und was ist hier drin? Nichts? Okay. Moment mal. Da oben ist ein Netz. Das Geld. Okay, dann können wir jetzt hier hingehen. Und vorstelle. Geld. Leuchten wir mal, weil wir hier noch keinen Buhu gesehen haben. Alter. Ähm, okay. Wann sollte ich denn von hier aus fliegen wollen? Verwirrt. Dann gibt's doch gar kein Loch in der Decke. So, hier in jedem Ding ist Wasser drin. Ist hier irgendeine Pflanze, die ich gießen kann. Na, ist einfach nur verwirrt hier der Raum. Ich nehme das Wasser jetzt mit runter. Geh mir erst mal den Sonnenbrillen hier, du Arschi. Ja, 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 ja. 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 Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Das war's, Nelmas. guuuuut aber jetzt interessiert mich grad hier hinten die truhe lol sieben frühlingsrollen waren zu viel okay mimoser hätte ich dir vorher sagen können oh spooky ja was mach ich hier eigentlich jetzt ist mein wald von meiner mission weg ich kann hier nichts machen hab ich mal auf die karte geguckt hab ich gesehen willst du eine ich hab noch eine ja klar ja klar will ich eine na gut ich hab bohu bekommen der hier unten aus welchem vorn auch immer war ja ja Oha, hier ist ein Dicker. Und zwei mit Schaufeln, die sich ganz schlau vorrauben. Äh, mach nur ne 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 ne, wo ist hier noch einer? Ah. That's what she said. Hä? Komm voll einfach rein. Oder so. Das ist ein dicker. Ja, Mimosa, das war ein dicker. Ein ganz dicker Fang. Oha. 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 Aber nein, ich wusste es ja wieder besser. Hey, Karten lesen, egal. So, wo ist hier eine Wasserquelle? Ich höre es doch tropfen. Ah, ich muss sie erst einschalten, okay. Oh, geht. So, drei Dinger gleichzeitig, also ganz helle Leuchte und BÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ� Aha. Also das hier hin tun und jetzt Bäm. Frühlingsrolle zum Frühstück klingt zu... Weißt du, Spiel, wegen dem paar Zentimeter musst du jetzt nicht rummucken. Also nochmal. Aha. So, und jetzt kann ich Blumen gießen. Gibt es hier noch eine Blume, die ich gießen kann? Nö. Dann ist da aber besser was Gutes drin in der Blume. Oh Gott, habe ich mir das Ding jetzt 100% in den Weg gestellt, hier dahin ganz zu gehen. Niedelschlein. So, dann untersuchen wir mal noch hier, ob hier was drin ist. Nein. Ja, wie will man es auch ohne Staubsauger machen? Wie willst du ohne Staubsauger Blumen gießen? Don't be silly. Das geht einfach nicht. Ja! 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 Ach, darf ich hier auch wieder Blumen gießen? Das wäre ja ein Schock. Okay, Rasenmäher ist an. Voll in die Orden. Okay. 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 Ich will nämlich jetzt eigentlich verarschen. Du bleibst hier, du Arsch. Ich will dich nicht in den Kamm lassen. Die Taschenlampe brauchen wir auch zum Blüten umgießen. Das ist alles richtig. Außerdem ist das Blumenwachstum selten real dargestellt. Das Geile ist, dass eine Gieska noch nicht nimmt, trotzdem den Eimer. Einfach nur, weil es kann. Was ist das eigentlich da für eine hübsche Frau? So, gucken wir jetzt mal, was wir hier für unsere Arbeit kriegen. Geld. Hallo Blume. Geld. 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 Herz. Viele Herzen. Niedelstein Sehr schön So, dann, ähm, wo sind denn die anderen? Ah, jetzt muss ich den ganzen Weg links nochmal langen. Im Ernst? Ach, ist doch ein Witz. Okay, gehen wir wieder links rum. Gibt noch ein bisschen mehr Geld. Habe ich ja noch nicht genug von. Ich habe ja noch nicht genug Geld. Hier war doch mal eine Schatztruhe. Aha, ist einfach weg. Hm, ich habe mal hier lang weiter. Oh ja, auf den Trick hier falle ich bestimmt rein. Der war ja schon beim ersten Mal so witzig. Oh ja, ich habe ja schon. Warum ist hier die Tür jetzt zu? Die brauchte ich eben. Ich zeige mir jetzt nicht, dass ich den... Nee, ich kann nicht den falschen Weg gegangen sein. Ich bin hier eigentlich vollkommen richtig. Warum ist hier der Weg zu? Vielen Dank. Warum? Ich hab keine Ahnung. Mimosa, hilf mir. Aha. Okay, ich hab Geld gefunden. Was bringt mir das? Dann kann ich das Ding hier eh nicht mitnehmen. Akku fast leer? Grad wieder da. Ähm. Aber Sound haben wir und Bild ist weg. Ach, das war es so. Äh. Untertitelung des ZDF für funk, 2017